Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn die Schleuse geöffnet ist, kann man Unverzeihliches tun. Dinge, die man nie vergisst. Dinge, die man nie begreift. Dinge, die man nicht träumen will. Die man nicht wissen will. Nicht denken will. Die Schleuse geöffnet werden. 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 Kapitel 1 Zerbrechendes Glas Skyline Hotel New York City Sonntag 11. November 2007 Vormittag Und damit komme ich auch mal zu Wort Mein Name ist Kato Für die, die mich noch nicht kennen Und ich spiele heute mit euch Overclocked Eine Geschichte über Gewalt Oh, ich glaube es ist immer noch so eine Sequenz zugange Weil ich kann nichts machen Dann bin ich doch vielleicht noch mal eine Sekunde still Okay, irgendwie passiert gerade nichts so richtig So, dass er sich jetzt im Spiegel anguckt Also ich steuere hier noch gar nichts Also Noch funktioniert alles automatisch Naja, bei Overclocked scheint es sich Um einen Swiller zu handeln Aus dem Jahre 2007 Von den Machern von The Moment of Silence Was ich zwar nie gespielt habe Aber was scheinbar Auch ein bekanntes Spiel ist Ich weiß es nicht Ich kenn's nicht Darf ich jetzt was machen? Ah, jetzt darf ich was machen Sehr schön Ähm, ja Es handelt sich, wie man sieht Um ein Point and Click Adventure Und Swiller klingt doch ganz gut Ein bisschen mehr Spannung nach Ähm Siberia Unser PDA Nehmen wir mal mit Okay Aufzeichnung Sonntag, 11. November 2007, 8 Uhr Ich beginne heute früh meine Untersuchungen in Staten Island Ziel der Untersuchungen ist Erinnerungsrekonstruktion Keine Ahnung, was mich erwartet Okay Äh Ne, ne Überspringen will ich hier gar nichts Ich dachte, ich könnte irgendwie Anruf Schauen wir uns den mal an Anrufbeantworter Ich hab's extra bestellt Für den Fall, dass ich den PDA Für die Sitzungen brauche Okay Gucken wir mal Sie haben Zwei Nachrichten Nachricht 1 Hallo Dave Hier ist Detective Moretti Vom NYPD Ich hoffe, Sie sind gut angekommen Und das Hotel ist in Ordnung Wir hatten heute Morgen um 5 Einen weiteren Fall Gleich bei Ihnen um die Ecke übrigens Fahren Sie raus nach Staten Island Wir treffen uns dort Ob das so was mit diesen Mit dieser jungen Frau Im Intro zu tun hatte Die da auf einmal nackt durch Also fast nackt durch die Straßen lief Überlegen Nee, schlafen will ich eigentlich nicht Dass das immer sofort weg geht Wenn ich nur ein bisschen die Maus bewege Das ist ein bisschen nervig Also diese Auswahlfenster Großartig Ich habe den Mantel vergessen Die paar Sachen kann ich später noch auspacken Okay Dann Bewegen wir uns mal Huch Der Szenenwechsel hatte mich jetzt überrascht Schauen wir uns mal raus Es regnet ganz schön Die Leute verkriechen sich in ihren Wohnungen Liegt wohl am Regen Da gehen die Menschen nicht so gerne auf die Straße Was ich ehrlich gesagt nicht so verstehe Weil ich eigentlich ziemlich gerne durch Regen gehe Ähm Schicker Fernseher Zeitung Steht da Ja und vor allem auch in unserer heutigen Zeit Haben sich die Nachrichten auch nicht gerade geändert Das Wechselgeld von der Taxifahrt letzte Nacht Wenigstens die paar Dollar Bargeld Hat mir der Mistkerl übrig gelassen Ich muss bald mal Geld abholen Ja wäre sinnvoll Aber bis dahin Nimm mal das klein bisschen was du da hast noch mit Wie viele Dollar sind das denn genau Steht nur Kleingeld Können wir das in die Verwenden Können wir das in die Brieftasche stecken Nein Überhaupt Was haben wir denn in unserer Brieftasche drin Wer ist Kim deine Freundin Ist wahrscheinlich was Gut dass ich die Kreditkarte noch habe Okay Haben wir halt eine Kreditkarte Gehen wir in die Hotellobby Feint uns nichts anderes übrig zu bleiben Ja Guten Morgen Sir Morgen Guten Morgen Barstuhl Ne will ich jetzt eigentlich nicht benutzen Reden wir mal mit dem Herrn hier Oder tun wir das Was ist denn da Ne da gehe ich nur wieder zurück Ja Reden wir ihn einfach mal Richtig Ja Willkommen im Skyline Hotel Mr. McNamara Ich hoffe Sie hatten eine angenehme Nacht Schätze schon Etwas nicht zu Ihrer Zufriedenheit Sir Alles in Ordnung mit Ihnen Wie bitte Oh ja Doch Alles bestens Die Nacht war etwas kurz Wissen Sie Ich verstehe Wissen Sie bereits wie lange Sie bleiben werden Sir Wie lange Nein Noch nicht Wer weiß Vielleicht fahre ich gar nicht mehr zurück Sir Vergessen Sie es Buchen Sie mich erstmal für eine Woche ein Ich sage Ihnen Bescheid Wenn ich genaueres weiß Selbstverständlich Wenn Sie irgendetwas brauchen Melden Sie sich jederzeit bei mir Angenehmen Aufenthalt in New York Sir Ah in New York Aber das Hatten wir glaube ich schon vorher geklärt Die falsche Information Ja was denn für welche Ich freue mich noch ein paar Auskünfte Ah okay So läuft dieses Dialogsystem also ab Geld Kneipe Kneipe Beste Frage Hospital Warum wollen wir wissen wo ein Hospital ist Gewitter Erstmal ein bisschen Smalltalk Furchtbares Wetter da draußen Wie lange geht das schon so Über eine Woche Sir Die Stadtverwaltung musste die Brooklyn Bridge sperren lassen wegen Sturmschäden Es traut sich kaum noch jemand auf die Straße Und ich lasse meinen Mantel zu Hause liegen Im Moment regnet es nicht ganz so stark Sir Wenn Sie dicht an den Häusern entlang gehen Dauert es ein paar Minuten länger bis ich durchgeweicht bin Vermutlich Vielleicht lassen Sie sich ein paar Sachen nachschicken von Mrs. McNamara Ja vielleicht Seltsames Gespräch Ja wo können wir Geld abheben Wo ist hier in der Gegend der nächste Cashpoint Sie können bei uns mit Ihrer Kreditkarte bezahlen Sir Sicher nur für den Fall Ich habe mein letztes Bargeld gestern Nacht dem Taxifahrer in den Rachen werfen müssen Für die Stadtrundfahrt Sagen Sie sieht man mir das eigentlich an dass ich mich hier nicht auskenne Die Cabbies hier in New York haben leider wenig Skrupel Sie sind eingeschlafen im Taxi Genau Tut mir wirklich leid Sir Gleich hier in der Straße ist ein Automat des United Bank Trust Er funktioniert auch gelegentlich habe ich mir sagen lassen Na bestens Super Fragen wir nach einem Krankenhaus Sie wüssten zwar nicht warum wir das wissen wollen aber egal Ich muss rüber nach Staten Island Wie komme ich da am besten hin? Sie nehmen die Staten Island Ferry Den Anleger finden Sie an der Südspitze Manhattans Okay Also wirklich die Fähre ja Das wird wohl kein Spaß bei dem Wetter Es könnte etwas schaukeln Sir Aber sicher ist das Ding Nun natürlich hatten wir bisher noch nie ein solches Unwetter Aber wenn das Risiko zu groß wäre würde die Fähre nicht fahren Aha Na dann will ich mal das Beste hoffen Hä und wie ist das Gespräch derbe seltsam zwischen diesen Beinen Wollen wir hier mal Stunden Pausen machen bevor die irgendwie ihr Gespräch weiterführen Kneipe Sagen Sie wo kann man hier in der Gegend ein Glas trinken gehen? Jetzt Sir? Nein ganz so schlimm ist es noch nicht Eher heute Abend Unsere Bar hat bis 23 Uhr geöffnet Es sind auch einige Lokale in der Nachbarschaft Das Nighthawk ist gleich nebenan Empfehlenswert? Wenn Sie mich fragen Sir Eingeschränkt empfehlenswert Es hat einen etwas zweifelhaften Ruf Verstehe Ich komme schon klar Also total empfehlenswert bei zweifelhaften Ruf Äh Karte Können Sie vielleicht einen Stadtplan für mich? Natürlich Sir Bitte sehr Danke sehr Schreiben Sie es aufs Zimmer Gerne Okay Besten Dank erstmal Mr. Flint Sir Mr. Flint Bis später Mr. Flint Aha Karte Ich kenne mich nicht so gut aus Gut ihn dabei zu haben Ich komme nie mit Stadtplänen klar Muss ich ganz ehrlich sagen Aber ihr wisst ja auch von meinem Ich bin über den Fahrstuhl Okay Aber ihr wisst ja auch schon von meinem Schlechten Orientierungssinn Glass Bond Zeitung Wir holen uns erstmal Ich bin so Es ist so ungewohnt Dass da so ein Kreismenü erscheint Bevor man irgendwas benutzen kann Anstatt zu mit gutem Rechts- und Linksklick hier zu arbeiten Verdammt es schüttet Dann fällt dir jetzt erst auf Ich habe gar nicht alle meine Sachen dabei Huch Toll Weil sehe ich jetzt schon direkt am Anfang wieder irgendwas Was habe ich denn vergessen? Auf dem Schreibtisch bestimmt Ah Pendel Was war ich denn Pendel? Echt Silber Ich habe es zur Hochzeit geschenkt bekommen Von Terry Vorher hatte ich immer dieses Ding Das ich mir schon im Studium gekauft hatte Für 10 Dollar Made in Hongkong Ist der irgendwie Hypnotiseur oder sowas? Achso da habe ich schon wieder nur abgebrochen Anrufbeantworter Ach das hatten wir doch schon Wir haben zwei Nachrichten Nachricht zwei Aufgelegt Wer war das? Haben wir noch irgendwas? Ne Wir hatten zwei Nachrichten Oh Gott ey Ich bin so unaufmerksam Dass dieses Spiel Kein Desaster wird Was meine Was meine Skills anbegeht Nicht so Nicht so wie zum Beispiel Alpha Polaris Mensch regnet das stark ey Natürlich fliegt uns genau eine Zeitung in die Hand Unabhängigkeit aktuell weltweit Gewalt auch 2007 weiter auf dem Vormarsch Die Welle von Gewalttaten auf New York Straßen Eppt nicht ab Wie das NYPD gestern mitteilte Liegt die Zahl schwere Gewalttaten Für das Jahr 2007 Bereits jetzt höher als im Vorjahr Experten rechnen damit Dass der Trend ungebrochen anhält Und die Quote im Vergleich zum Jahr 2006 Um 30% ansteigen wird Viele Täter sind Jugendliche Und junge Erwachsene Als Gründe für die erschreckenden Zahlen Werden von liberalen Kritikern Vor allem die leichte Verfügbarkeit von Waffen Aber auch Perspektivlosigkeit Armut Sowie mangelnde elterliche Und staatliche Fürsorge angeführt Also dieselben Gründe Wie heute auch noch in der USA Als Grund für hohe Kriminalitätsraten Angeführt werden Obwohl ja Perspektivlosigkeit Armut vielleicht nicht mehr Ganz so ein großes Problem sind Aber egal Konservative Politiker Sehen die Ursachen dagegen In unzureichender öffentlicher Überwachung Zu geringen Strafen Dem Zerfall des christlichen Moral Und Familienbildes So wie in der Gewaltverherrlichung In Medien und Videospielen Dieses Vorurteil kriegt man glaube ich Auch nicht mehr weg Ja sehr schön Ah da haben wir auch direkt Den Geldautomaten Ein Cashpoint Der Nein Sag bloß Verwend mal deine Kreditkarte damit Wie Die hat Zeit keine Auszahlung möglich? Was soll das denn? Naja Bestimmt ein Fehler des Geräts Ich versuch's später nochmal Gut dann nicht Nighthawk Bar Was? Shop Hier geht's auch weiter Gehen wir mal in den Treten wir mal den Shop Hier hinten Was soll mal wir Mit dem paar Cent Die wir da haben Uns Kaufen wollen Kann der nicht schneller gehen? Bei dem regen würde ich mich auch Da von schlechten Nachrichten ist gedeckt Was auch immer der Shop Mit schlechten Nachrichten zu tun Hat aber egal Gehen wir zur Nighthawk Bar Also dann Remington Street Oh Gott ich werd mich hier so verlaufen Das weiß ich jetzt schon Die Bar hat bestimmt noch geschlossen So wie es aussieht Überraschend Also Remington Street Da kamen wir her Fährenanleger Ach das ist Central Gut Wollt ja nur gucken Dann gehen wir zum Fährenanleger Wenn der Bildschirm hier richtig wechselt Die Fähre scheint noch nicht da zu sein Ja Vielleicht frage ich mal die beiden da Von mir aus Dann fragen wir doch die zwei Seil des Rettungsrings Nehmen wir mal sofort mit Oder auch nicht Da ist mein Sammelwahn wieder zu groß Fragen wir erstmal den Vertrauenswürdigen Herren in der Jacke hier Morgen Morgen Fahren Sie auch rüber? Ich will es jedenfalls hoffen Ja sieht nicht gut aus das Wetter Ich fahre zum ersten Mal wissen Sie Aha Und dann gleich bei dem Umwetter Hören Sie Mister Es ist ziemlich früh am Morgen Oh verstehe Sie sind ein Morgenwürfel was Bin ich eigentlich auch Entschuldigen Sie Es ist nur Mister Sie Oh Was denn Schon gut Ich dachte gerade Ich habe Sie verwechselt Guten Tag noch Die Hintergrundgeräusche sind viel zu laut Ich Das ist Man hat kaum was mitgekriegt Ja wo gehst du denn hin? Wolltest du auch noch mit dem hier reden? Junge Junge Gewitter Verdammtes Mistwetter Was? Man könnte meinen Die Welt geht unter Unglaublich Dieser Sturm Hören Sie mal Wissen Sie was mich echt macht? Äh Nein Small talk Aber es ist besser Ah Okay Entschuldigen Sie Ich bin nur ein bisschen nervös Weißt du wann die Fähre kommt? Fahren Sie auch mit dieser Fähre? Ja Öfter? Ja Öfter Wir Also wir Saufen doch nicht rufa ab damit Bei den Verteidiger Sind Sie nicht schlimmer oder was? Ich will nur wissen ob das Ding sicher ist Sie sind nicht von hier hin? Nein Washington Okay Das hier ist die Staten Island Ferry Wenn Sie schwimmen können, ist Sie sicher Alles klar? Bis später Nett Ein sehr nettes Gespräch Mit beiden Der erste war auch überhaupt nicht Suspekt Nein, nein Das Fernglas Können wir mal versuchen durchzugucken Kann man nicht laufen in diesem Spiel? Oh Das wird mich noch zu verzweifeln treiben Glaube ich Okay Ja Ladies und Gentlemen Wie Sie sehen Sehen Sie nix Ach Ich muss Kleingeld bestimmt erst einwerfen Warte mal Geh mal zurück Verwenden Entfernglas Ah Mein Gott Ich bin ja Küche da draußen Man kann so gut wie nichts erkennen Ähm Ja Toll Soll ich hier irgendwas sehen können? Gucken wir gleich nochmal Steg Da haben wir den Ah, er kann laufen Sehr schön Bring Warum bin ich jetzt hier runter gegangen? Gibt mir doch gar nichts Fähr Fährgebäude Trachten wir das mal Noch langsamer geht's nicht, oder? Das Fährgebäude Als es das letzte Mal in New York war Da stand es noch gar nicht 1997 war das, glaube ich Da haben Tim und ich einen Ausblick hierher gemacht Und dann an Kai den Schiffen nachgesehen Naja Das ist lange her Und wer ist bitte Tim? Eingang zum Fährgebäude Ah, sehr schön Und dann õb Hier muss es sein. Sieht nicht sehr einladend aus. Mental Health Hospital. War so eine Anstalt. Kamera? Ach ja. Wir trachten. Sprechanlage. Trachten wir erstmal? Wie im Goofen Adventure. Nein. Wirklich. Ja? Hier ist David McNamara. Haben Sie einen Termin? Allerdings. Mit Dr. Young. In welcher Angelegenheit? Das würde ich gern selbst mit Dr. Young besprechen. Ich bin Psychiater aus Washington. Hören Sie, könnten Sie bitte öffnen? Es regnet. Einen Moment. Einen Moment. Gut. Drinnen sind wir. Es ist ja wie so klassischen Horrorfilmen. Einen weh. Heute steht auch direkt die Silent Hill Krankenschwester. Nein, ganz so schlimm ist es da nicht. Betrachten. Gemächlichen Schrittes geht er zum Nebengebäude. Ja, das kannst du aber laut sagen. Wer ist das eigentlich hier unten? Niemand von Interesse. Ich nehme an, wir zwei haben gerade miteinander gesprochen. Tja, was für ein furchtbares Wetter, oder? Ich habe sehr viel zu tun, Mr. McNamara. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Ja, sicher. Ich sage Dr. Young Bescheid. Mach das. Wir warten. Und dabei Käfigschleuse. Wäre auch genial. Wäre ja sonst auch nicht gruselig, ne? Oh Gott. Da hinten schreit jemand. Ich erinnere mich irgendwie an Fahrenheit. Und zwar an einen Teil des Spiels, den ich überhaupt nicht gemocht habe. Ja, ich komme ja schon. Gut, gut. Ich bin hier, David. Kommen Sie nur. Klar, wenn du so flüsterst, höre ich dich natürlich auch bis hier hinten hin. Unser Wunderknabe aus Washington. Willkommen. Guten Tag, Dr. Young. Ich habe schon von Ihnen gehört. Freut mich, dass wir zusammenarbeiten. Tamara, das ist David McNamara aus Washington. Er ist Spezialist für Traumapatienten. Die Regierung hat ihn uns geschickt. Weil wir ja allein nicht zurechtkommen hier draußen. Nun, ich glaube, ganz so ist es nicht gewesen. Mr. McNamara und ich hatten schon das Vergnügen. Brauchen Sie mich noch, Doktor? Nein, gehen Sie nur. David und ich werden uns gleich an die Arbeit machen. Bis gleich, Tamara. Ist sie immer so? Kurz angebunden? Tamara? Allerdings, ja. Manche nennen es Effizienz. Sie gewöhnen sich daran. Aha. Ich nehme an, Sie haben ein paar Informationen für mich. Die haben wir schon seit Tagen. Toll. Ich finde die Gespräche bis jetzt so statisch irgendwie. Vielleicht warten wir erst noch auf den Detective. Soviel ich weiß, müsste er gleich kommen. Darauf würde ich nicht wetten. Er ist nie pünktlich. Aber Sie bekommen ohnehin noch einige Dinge von mir, die Sie brauchen werden. Ich suche schon mal alles zusammen. Kann ich mich ein wenig umsehen? Natürlich. Ich bin im Cockpit, vorne in der Halle. Kommen Sie einfach rein, wenn Sie genug gesehen haben. Zelle 1. Ich habe den Schlüssel nicht. Sagt er bestimmt bei Zelle 2 auch. Ich habe den Schlüssel nicht. Ich wundere. Oh, da kommt wer. Das ist bestimmt besagter Detective. Hey, Sie da. Was machen Sie hier? Das Gleiche könnte ich Sie fragen. Hey, hey, nicht frech werden, Sportsfreund. Detective Moretti vom NYPD. Ich hätte dann gern mal Ihren Ausweis besichtigt. Und zwar plötzlich. Ich schätze, das wird nicht nötig sein, Detective. Ich bin David McNamara, forensischer Psychiater aus Washington. Ach, der Seelenklempner? Ja, der Seelenklempner. Na, sowas. Dann entschuldigen Sie, Doc. Ich dachte, Ihr Psychotypen hättet alle weiße Kittel an. Manche, nicht alle. Ich finde Privatkleidung weniger bedrohlich für die Patienten. Haha, komisch. Ist bei meiner Firma genau umgekehrt. Die Leute haben viel mehr Angst vor Cops in Zivil als vor Uniform. Sie sind verdammt spät, Doc. Ja, tut mir leid. Familiäre Umstände. Es ging nicht früher. Jemand gestorben? Nein. Krankheitsfall? Hören Sie, Detective, können wir es dabei belassen? Ich konnte nicht früher kommen, okay? Sorry, Doc. Ich bin nun mal neugierig. Berufskrankheit. Wie auch immer. Sie kommen schon drüber weg. Über was komme ich weg? Hey, wer von uns beiden ist der Seelenklempner? Sie oder ich? Okay, reden wir übers Geschäft. Haben Sie sich die Bescherung schon angesehen? Ich bin gerade erst angekommen. Dann bringen wir Sie jetzt mal auf den neuesten Stand. Was dagegen, wenn wir in der Halle weiterreden? Ohne dieses Geschrei hier? Dr. Young wartet vorne im Cockpit. Wir machen das lieber ohne, Dr. Young. Jesus Christus, kommen Sie doch. Hm. Ich würde aber sagen, ich mache hier erstmal einen Cut für die erste Folge. Ich fand die jetzt ein wenig verwirrend, diese erste Folge, zumal die Gespräche bis jetzt auch sehr komisch und wie waren. Aber ich denke mal, das ändert sich noch. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Overclocked und bis dahin, macht's gut.